Hallo Leute, ich hoffe auf eines von den letzten Einheiten dieses Jahr. Lauscht aufmerksam. Ihr legt den Rücken, legt die Beine hier, die Hände neben den Körper, dann zieht ihr die Knie an und jetzt quasi nach vorne stoßen. Zieht wieder an. So viel Power rein, dass es euch quasi alles gebelt. Oh, der kommt fast hoch. Okay, also richtig mit Power nach vorne stoßen, dass wir so ein bisschen Impact reinkriegen. Ich sage mal so 10 bis 20 Wiederholungen, je nach Niveau. Ihr müsst es nicht bis zum Auskotzen machen, dann legt euch auf den Bauch. So, jetzt guckt ihr, dass ihr die Beine so weit anhebt, dass die Knie ein bisschen vom Boden kommen. Und dann machen wir Curls, geht hier ran und Beine runter. Hochcurren und Beine runter. Macht sachte, dass ihr hier im Beinholger keinen Krampf bekommt. Und ihr auch so je nach Niveau 10 bis 20 Wiederholungen. Dann eine Minute Pause und das übliche, 5 bis 10 Durchgänge. Viel Spaß, bis gleich.